Hi, mein Name ist Julia und heute zeige ich dir ein Übungsprogramm für die Stärkung deiner Halsmuskeln und zur Stabilisation deiner Halswirbelsäule. Die erste Übung ist eine Übung, wo wir ein bisschen Equipment brauchen. Hol dir einen Sack mit Kieselsteinen oder Sand aus dem Garten und befülle den Sack so, dass du ein leichtes Gewicht hast. Wie viel du nimmst, ist es dir überlassen und du kannst auch am Anfang ohne Gewicht trainieren. Schau einfach, wie es für dich richtig ist. Eher lieber langsam steigern. Okay, also du hast deine Tüte zusammen gebunden und legst sie dir auf den Kopf und wir balancieren. Wir balancieren. So, stell dir vor, du bist ein Krugträger, eine Krugträgerin und wir balancieren das Päckchen auf dem Kopf und jetzt geht es darum, Platz zwischen den einzelnen Halswirbeln zu schaffen. Das heißt, durch die Kraft der kleinen Muskeln an der Halswirbelsäule wachse nach oben und gegen Gewicht halten wir jetzt diese Länge. Von außen siehst du gar nicht so viel, aber wenn du jetzt mitmachst, spürst du vielleicht, wie die kleinen Muskeln direkt an der Halswirbelsäule immer wieder sich anspannen, um das Gewicht auszubalancieren. Halte hier einfach mit voller Aufmerksamkeit diese Länge in der Halswirbelsäule und überprüfe zusätzlich deinen Stand. Die Füße sind gleichmäßig belastet, die Knie leicht gebeugt, der untere Rücken entspannt, das Becken locker. Atme frei und weit bis in den Bauch und jetzt Wirbel für Wirbel wachse nochmal nach oben. Bist du schon ein bisschen geübt, kannst du jetzt auch langsam den Kopf zur Seite drehen. Wenn du daraus eine Ganzkörperübung machen möchtest, dann stell dich mal auf ein Bein. Auf das rechte zum Beispiel, zieht dich raus aus Sprunggelenk, Kniegelenk und Hüfte. Jetzt wird es richtig wackelig. Schaffe Platz zwischen jedem einzelnen Wirbel, halte das Gewicht und atme frei und weit. Und dann auf die andere Seite, auf das linke Bein, wachse wieder Wirbel für Wirbel nach oben. Ja, 3,7 Meter wechsel jetzt. Genau. Und gerade wenn du schon Beschwerden hast in der Halswirbelsäule, ist das eine wunderbare Übung, weil diese tiefen, kleinen Muskeln brauchen wir, um starke Halsmuskeln zu haben und um die Bandscheiben zu entlasten. Kommen wir zur Übung 2. Übung 2, da mobilisieren wir die Halswirbelsäule und wir zeichnen mit der Nase eine liebende Acht. Die Nasenspitze lassen wir zu Boden sinken, das Kinn zum Brustbein. Lass mal den Kopf nach vorne unten aushängen, atme hier tief durch und dann startest du mit der Acht. Eine ganz leichte, kleine, lockere Acht. Lass den Kopf schwer zur Seite sinken. Lass dich richtig schön in die Schleife rein sinken. Ganz wichtig, lass die Kiefermuskeln locker, die Zähne sind voneinander gelöst. Ja, feste Kiefermuskeln heißt fester Nacken. Überprüf dich mal. Dann atmest du tief durch, ganz frei und weit und du genießt mal diese schöne Achterschleife. Und vielleicht wirst du langsamer in der Bewegung. Mach diese Übung eher langsamer als zu schnell. Und dann spürst du vielleicht Punkte auf dieser Strecke in der Nackenmuskulatur, die richtig schmerzhaft sind. Du lockerst hier die Muskulatur im Nacken auf für eine wunderbare Durchblutung, gerade auch im oberen Teil der Halswirbelsäule im Übergang zum Kopf. Und dann komm zum Stillstand. Nachdies über dem Kreise mal die Schultern. Und dann schließ mal die Augen und spür einfach mal nach. Schau mal, wie sich jetzt die Halswirbelsäule anfühlt. Vielleicht gut durchblutet, vielleicht weit, vielleicht spürst du auch die Länge in der Halswirbelsäule. Und dann kommen wir zur Übung 3, die Dehnung der Nackenmuskeln. Lass den Kopf zur Seite sich neigen. Ganz wichtig, die Knie leicht gebeugt, der untere Rücken entspannt, die Schultern schwer werden lassen. Komm mal in der Position an und wenn der Kopf nach rechts geneigt ist, dann lass den linken Arm sinken. Lass mal eine Länge im Schulter-Nacken-Bereich auf der linken Seite entstehen. Und dann beginnst du mit einer langsamen Bewegung, indem du die Nasenspitze Richtung Boden drehst und anschließend Richtung Decke. Eine langsame Nein-Bewegung. Und du suchst jetzt den Punkt, wo du den meisten Zug spürst. Gut. An diesem Punkt angekommen, beginnst du eine Ja-Bewegung. Das heißt, das Kinn zum Brustbein und wieder zurück Richtung Kopf. Zur Brustbein und langsam die Nasenspitze etwas zur Decke. Mache diese Übung ganz langsam und suche den Punkt, wo du den meisten Dehnschmerz erfährst. Und dann hältst du hier und wartest, bis das Gewebe diese Länge akzeptiert. Anschließend komme zurück, kreise die Schultern und baue die Übung zur anderen Seite auf. Kopf zur Seite neigen, die Schultern tief sinken lassen, den Nacken entspannen, den rechten Arm ganz schwer werden lassen und dann die Nasenspitze beginne eine Nein-Bewegung. Mache ganz langsam und vergleiche mal die Seite mit der anderen Seite. Vielleicht spürst du jetzt einen Zug an einer ganz anderen Stelle. Halte den Kopf dort, wo du den meisten Zug spürst und mache dann eine Ja-Bewegung. Kinn zum Brustbein und wieder nach oben. Eine Ja-Bewegung ganz langsam und halte an der Stelle, an der du den meisten Zug spürst. Halte an und bleibe hier für einige Atemzüge. Mach die Übung so lang, bis der Dehnschmerz weg ist und das Gewebe die Länge akzeptiert hat. Und dann komm langsam zurück in die Ausgangsposition, kreise deine Schultern. Für heute haben wir es geschafft. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Alles Liebe, bis dann!